Ich lade Sie heute zu unserem SAP Innovationsforum am 12. Mai ein, worum es dabei geht um die neuesten Trends rund um SAP. Wir, der Unternehmensverbund der Cepro Industry, zeigen Ihnen in sieben spannenden Keynotes die IT der Zukunft. Vernetzt, optimiert, digitalisiert. Erleben Sie, welche Vorteile SAP S4 HANA für Ihr Unternehmen haben kann. Unsere Kunden ProfiParts und Stromnetz Hamburg zeigen Ihnen, wie die Einführung am besten gelingt. Aber das ist noch nicht alles. Digitalisierte Produktion. SAP EWM meets SAP TM. Fit to Standard zur Prozessverschlankung. Optimierte Arbeitsplätze und digitalisierte Abläufe. Als Unternehmensverbund können wir alles abdecken. Vom Lead bis zur Delivery. Jetzt anmelden und Platz sichern. Wir freuen uns auf Sie.